hallo liebe zuschauer ich bin wieder zurück und ich bleibe hier ja vielen dank für die vielen vielen zuschriften es waren über 300 in youtube und auch in facebook aufmunternde worte und alle habe ich mir durchgelesen und auch ein herzchen darunter gesetzt ich hätte auch gerne viele beantwortet aber es waren einfach zu viele viel zu viele und es hat mir unwahrscheinlich gut getan zu sehen dass ich eine super community zusammen geschweißt habe euch als zuschauer und ihr auch untereinander ihr habt ja auch geschrieben es war überwältigend und alles andere ist vergessen und aber vier haben es noch mal versucht mir einen rein zu hauen aber vielen dank an die die können jetzt nämlich nicht beschreiben die habe ich blockiert und alles gelöscht so ich werde also weitermachen in dem gleichen tempo auch weil ich ja wirklich jetzt mitbekommen habe dass ihr ja er hängt ja in deutschland noch fest und ihr träumt von thailand ein positives habe ich ja jetzt die letzten tage ja gepostet in facebook dass es ja so aussieht dass thailand ab den ersten oktober wieder offen ist wenn die randbedingungen alle erfüllt sind wir kennen ja die thailändischen aussagen sind immer ein bisschen vage ja wir hoffen dass im oktober alles okay ist und ihr wieder hier nach thailand rein kommt und hier auch auf meine insel ja und dann muss ich mir wahrscheinlich ein paar tassen mehr besorgen denn viele viele haben sich angekündigt zum kaffee trinken da muss ich also wahrscheinlich box ausgeben dass jeder die die zeit und gelegenheit hat mit mir in ruhiges gespräch zu führen ich weiß mehrere zusammenzubringen das ist schlecht das hatte ich also vorletztes jahr mal versucht die leute möchten sie mich ja persönlich ansprechen können und auch das in ruhe aber das kriegen wir dann schon unterm hut ja und das mit der mitgliedschaft das werde ich auch auf anraten von vielen die mir geschrieben haben ja in einem monat abstellen zumal youtube 30 prozent ein behält und daher kann ich mir vorstellen dass die also ein gutes geld damit machen nein und wenn jemand den kanal sponsern möchte wenn ich also hier unten noch die die kontaktinformationen zukommen lassen ob es jetzt paypal ist oder mein deutsches konto in deutschland wenn man was sein sollte es haben auch einige spenden abgegeben vielen vielen dank soweit ihr es konnte habe ich mich ja auch persönlich bei denen per e mail bedankt aber es war überwältigend überwältigend wie viele freude ich in eure wohnzimmer reinbringe mit meinen videos das hätte ich also nie angenommen und auch einzel geschicksale die da beschrieben worden sind ich war also schon angetan dankeschön dass ihr so offene briefe mir zukommen ließ ja ihr werdet also weiterhin samstag sonntag und dienstag und donnerstag meine filme sehen ich habe die ja auf eure uhrzeit um zwei uhr gesetzt und und das soll auch so bleiben ja und mein herzblatt macht auch weiterhin mit der freut sich auch wieder darauf in den filmen zu erscheinen und wir wünschen euch alles gute und vielen vielen dank ok tschüss vielen Dank vielen Dank